So, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, könnte man meinen, aber ich möchte mal versuchen, den Spirit von Work 2.0 hier rüber zu ziehen. Wir reden jetzt ein bisschen intensiver über Hardware, IT-Service-Management und mir ist so, aufzuhören während dem Vortrag, ist das, was wir im IT-Service-Management mit unseren Prozessen, mit unseren Strukturen, mit unseren Instrukturen tun, mit manchmal genau das, was der Christ gerade angedeutet hat, wir verstecken uns hinter Prozessen, wir verstecken uns hinter Formalitäten. Das ist eigentlich genau mein Thema, also von daher finde ich ganz wohl der zweite Aspekt, der mir sehr entgegenkommt, das ist das, wir haben heute Morgen aus mehreren Quellen eigentlich gehört, dass Mauern aufgeweicht werden, Grenzen durchlässiger werden, dass alles flexibler wird und auch darum will ich mich kümmern. Die klassische IT wird jetzt erst mal beschnitten, wir reden über die Retain-IT, das heißt, der geneigte Zuhörer meint erst mal, da wird was weggenommen und dann bleibt was übrig, müssen wir uns darüber unterhalten, wie das, was dann übrig bleibt, aussieht. Und das zweite ist, wo ich mich dann stark darauf konzentrieren will und da sind wir dann wieder vielleicht in der Nähe bei 0.0. Wir werden wahrscheinlich, oder nach unserer Einschätzung, auch nach meiner Einschätzung, eine sehr starke Veränderung im IT-Service-Management durchmachen müssen, die einfach von dem klassischen operativen Arbeiten, von dem handwerklichen Arbeiten, von dem Dinge gut repetitiv machen, wiederholbar machen und so weiter, zu kreativen Arbeiten kommen müssen, zu entscheidungsorientierten Arbeiten, das heißt, zu, ich sag's mal, flapsig managementorientierten Arbeiten. Und dann haben Sie mein Thema, ich versuche das jetzt in 20 Minuten mit Ihnen durchzugehen. Ein einfaches Modell als Ausgangssituation, ja, klassisches Hebelgesetz, das heißt, wir versuchen eigentlich über das IT-Service-Management und über die IT, die Anforderungen des Businesses irgendwo in der Waage zu halten, ja, Sie sehen da auch, welche Einflussmöglichkeiten hat man, ja, also entweder wird das dicker und der Hebel kippt, ja, oder das muss dann gleichzeitig auch dicker werden, oder es muss sich hier halt in der Technologie, in der IT selber was verschieben, ja. Wir haben jetzt in den, vom IT-Service-Management-Forum aus in den letzten Jahren mehrere Runden gemacht, um uns zu überlegen, was kommt denn so auf das IT-Service-Management zu, ja. Und da macht es keinen Sinn, sich das IT-Service-Management anzuschauen, ja, weil das sitzt dann kurz vor den Arm vom Hebel, ja, das wird immer irgendwo stark bewegt, sondern eine sehr starke Quelle, die das IT-Service-Management der Zukunft beeinflussen wird, das sind die Endbenutzer, ja. Und wenn man sich das anschaut, was wir heute schon mehrfach diskutiert haben, ja, die jungen Mitarbeiter, die neuen Mitarbeiter, die wir haben wollen, die wir am IT-Service-Management haben wollen, die kommen mit ganz anderen Anforderungen, mit ganz anderen Erwartungen an ihren Job ins Unternehmen rein, ja. Ja, also flapsig ausgedrückt, wenn wir denen verbieten, dass sie Facebook zur Konoperation verwenden, ja, dann haben wir sie wahrscheinlich schon wieder verloren, bevor wir sie überhaupt eingearbeitet haben. Das heißt, letztendlich dieser ganze Bereich Social Media wird auf Endbenutzerseite sehr stark zunehmen, ja. Genauso dieses Thema Self-Services, ja, natürlich, klar, ich möchte einen IT-Service haben, ja, aber der soll nach Möglichkeit so sein, wie ich ihn jetzt brauche und wie ich ihn aktuell brauche, ja, nach meinen Bedürfnissen zugeschnitten. Und dann möchte ich den natürlich nicht nur an einem festen Arbeitsplatz benutzen, sondern dort, wo ich mich gerade befinde. Und das Thema Bring Your Own Device hat man ja auch schon diskutiert, ja. Ich erinnere an das Bild von heute Morgen, wo das Mädel im Wohnzimmer stand, der wahrscheinlich die bessere IT-Ausstattung hat im Privatbereich als am Arbeitsplatz. Auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das heißt, es sind massive Anforderungen damit verbunden, die auf das IT-Service-Management zukommen. Gehen wir in den zweiten Bereich rein, die Unternehmensführung, die Geschäftsbereiche, die haben natürlich diese Anforderungen, dass letztendlich das, was wir schon lange versprechen, ja, dass es endlich zu diesem vielbeschworenen IT-Business-Alignment kommt, dass das jetzt endlich mal passiert, ja, dass das nicht immer hinterherhinkt oder auseinanderläuft, ja. Customized Services, ja, die werden nicht nur vom Endbenutzer, sondern die werden auch vom Business, vom Markt her gefordert, ja, und müssen dann quasi umgesetzt werden. Und die mannen Services, ja, und als Hintergrundrauschen oder als Störquelle im Hintergrund immer IT-Security und das natürlich alles nach Möglichkeit zu geringeren Kosten, ja. Das heißt, das ist eine schwere Last, die hier über diesen kurzen Hebel, über das Business auf dem kurzen Hebel draufkommt. Dann, nicht zu vergessen, aber da will ich eigentlich jetzt nicht die technische Schiene fahren. Wir haben natürlich auch massive und sehr dynamische Entwicklungen rein auf der Technologie-Ebene, ja. Denken Sie an solche Sachen wie Cloud Computing. Wir haben heute Morgen, Cloud Computing ist keine Technologie, ja. Aus Sicht des IT-Service-Managements wird sie noch sehr, sehr häufig als Technologie interpretiert, ja. Es ist ein Delivery-Modell, ja. Und da damit ein technologisch getriebenes Modell, auf das das IT-Service-Management reagieren muss. Genauso Mobile Device Management, Mobile Apps oder Virtualisierung. Also das kann man auch permanent aktualisieren, was an der Ecke passiert. Und dann haben wir ja hier als IT-Service-Management, als IT-Betrieb klassischerweise immer geschmeidig ausgeblendet, dass es auch eine Softwareentwicklung gibt, ja. Und das Phänomen, das wir dort halt in der Vergangenheit beobachtet haben, wir haben unsere Softwareentwicklungsabteilungen nach CMMI Stufe 3, 4 zertifiziert, ja. Die haben wenigstens formal einen super Job gemacht, haben irgendwas geliefert, haben sie uns dann über den Zaun geschmissen und dann ging das Problem los, ja. Und das ist für mich ein Ansatz, der sich hinter diesem Konzept des DevOps verbirgt, das heißt ein engeres Zusammenwachsen von Development und Operations. Dass die einfach frühzeitig zusammenarbeiten, um letztendlich über den gesamten Lebenszyklus eines IT-Produktes oder eines IT-Services, dessen Betrieb, dessen Wartbarkeit, dessen Performance gewährleisten. Und nicht zu vergessen dieses Thema Continual Beta. Wir hatten letztes Jahr auf dem Jahreskongress einen Kollegen da von Immobilienscout24, der hat gesagt, der ist IT-Expert und wird Expert, hat das alles durchgemacht, ja. Er ist jetzt bei Immobilienscout24 für die Plattformentwicklung, für die Online-Plattformentwicklung zuständig und Release-Zyklen kennt er nicht mehr, ja. Das ist immer Operationen am offenen Herzen im vollen Sport, ja. Das heißt, in dem Moment, wo er das Business Anforderungen stellt, geht es, die umzusetzen und so schnell wie möglich zu implementieren, ja. Er sagt, natürlich ist es gut, dass man da IT- und ein paar Grundprinzipien des Service-Managements hat, ja, weil nicht immer funktioniert, sondern man muss es zurückholen können. Und das sagt uns eitel, wie es geht, ja, auf was wir da achten müssen. Aber letztendlich müssen wir uns da damit abstimmen, dass einfach die Entwicklung der IT und der IT-Services nicht mehr so in klar definierten Zyklen stattfindet, sondern dass das online ist. Und das IT-Service-Management-Service hat natürlich auch Anforderungen oder Entwicklungen, denen es unterworfen ist. Mensch, ich nenne da bloß dieses Thema, dieses leidige Thema Automatisierung, ja. Ich meine, wenn man heute noch beobachtet, wie in vielen IT-Betrieben neue Services entwickelt werden, ja, dann werden die wirklich entwickelt, ja. Weil man keine Standards hat, weil man keine Module hat, weil man keine Plattformgedanken hat, ja. Also muss man jedes Problem im Prinzip from the scratch lösen, ja. Und da kann ich immer wieder sagen, ne, Automatisierung, das ist so ein etabliertes Konzept, da muss man einfach in andere Industrien schauen, ja. Und das, was für mich da als Ziel dahinter steckt, das ist das, was uns die Automobilindustrie schon seit Jahrzehnten oder, ja, seit mindestens 10, 15 Jahren vormacht. Ja, das ist dieses Konzept der Mass-Customization, ja. Kundenorientierte Fertigung zu Massenproduktionsbedingungen, ja. Das heißt, jedes Auto sieht anders aus, aber es wird, wie es Ford damals vorgeschlagen hat, standardisiert zu Massenproduktionsbedingungen gefertigt. Er fordert natürlich, dass dahinter eine entsprechende Logistik da ist, um das machen zu können, ja. Und ich behaupte mal, da haben wir uns bisher geschmeidigt rumgedrückt im IT- und im IT-Service-Management. Ich möchte mich jetzt konzentrieren, weil wir ja bei der Cloud-Obs sind, auf dieses Cloud Computing und möchte mit Ihnen mal ganz, ganz kurz das Hell durchgehen. Cloud Computing und ITIL, was hilft uns das da? Das ist ITIL in einer sehr abschreckten Form von Lebenszyklen, X-Prozesse, ja. Das heißt, das ist das, was wir heute, wenn wir es ordentlich machen, im IT-Service-Management machen. Was erwarten wir uns denn vom Cloud Computing? Oder was erwarten sich manche vom Cloud Computing? Das nämlich, ja. Dass sie diesen Wuscht von der Backe bekommen, ja, weil das macht ja dann ein anderer, ja. Die Server betreiben, die Netzwerke warten für Security sorgen und so weiter und so fort, ja. Das ist eigentlich der naive Wunschgedanke, der in der Cloud Computing und IT steht, ja. Dass das IT-Service-Management da eigentlich nicht mehr viel zu machen hat, ja. Da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, ja, weil letztendlich ist es klar geregelt, auch wenn ich, egal in welcher Form IT-Aufgaben nach außen gebe, ich bin immer im Endeffekt für die Ordnungsmäßigkeit der Durchführung verantwortlich, ja. Das heißt, so einfach kriege ich die ganze Sache nicht los, ja. Ja, im Zweifelsfall heißt es dann halt wirklich, ich muss mir überlegen, wie kann ich diese ganze Sache steuern und kontrollieren, ja. Wie kann ich Verträge aushandeln, wie kann ich Verträge kontinuierlich durchsetzen, wie kann ich letztendlich auch sicherstellen, als IT sicherstellen, dass die Anforderungen der Fachbereiche erfüllt werden, ja. Ja, ich sage es immer, das gefährliche Modell bei Cloud Computing und Cloud Services ist da damit verbunden, dass im Zweifelsfall der Anwender, der Endbenutzer nichts anderes braucht, als eine Kreditkarte und einen Internetzugang. Und dann kann man sich halt seine Services zusammenklicken, ja. Ja, und die IT kriegt überhaupt nichts davon mit, ja. Über Governance und über Security braucht man da, glaube ich, gar nicht reden, ja. Weil wer kontrolliert denn dann, wo die Daten, welche Daten wo liegen, ja. Und ob alle Richtlinien eingehalten sind. Das heißt, das ist im Prinzip das Statement von der ITIL. Und da muss man ehrlich sagen, arg viel mehr steht da nicht drin, ja. Ja, außer, dass man sich darum kümmern muss, dass man auch in solchen Outsourcing-Beziehungen letztendlich die Steuerung und Kontrolle aufrecht erhält, ja. Und dann redet man über die Retail Organization. Die Retail Organization heißt nichts anderes, als dass Aufgaben und Verantwortlichkeiten im IT-Service-Management zwischen zumindest diesen beiden Playern verschieden, ja. Man darf es sich nicht ganz so einfach machen, weil hinter Cloud-Service-Providers, das ist jetzt eine 1-zu-1-Beziehung, ja. Wir reden ja da halt über Lieferketten, ja. Zweifelsfall steht hier eine Kaskade von zusätzlichen Dienstleistungen, die dem hier zuarbeiten, noch dahinter, ja. Und wir müssen uns einfach Gedanken machen, was bedeutet denn das jetzt für die IT-Service-Management-Prozesse? Wir haben im IT-Service-Management-Forum einen Arbeitskreis laufen, der sich da damit auseinandersetzt. Und das ist so ein erstes Ergebnis, das wir erarbeitet haben, wo wir gesagt haben, wir schauen uns mal die unterschiedlichen IT-Prozesse an, wir brechen die sogar runter in ihre Hauptaktivitäten, was jetzt hier nicht dargestellt ist, und überlegen uns dann mal, wie in bestimmten Outsourcing-Szenarien, dann zum Beispiel im Cloud-Sourcing, in der Private Cloud oder sowas, sich dort Aufgaben und Verantwortlichen zwischen diesen beiden Partnern, also Retain-Organisation, RO, und Cloud-Service-Provider verschieden. Was ich Ihnen hier rechts noch mitgeführt habe, das ist letztendlich als Delta bezeichnet, das ist so eine erste Einschätzung, wie denn das Änderungspotenzial in den betroffenen Prozessen sein könnte. Da gibt es welche, die werden massiv betroffen sein, es gibt andere, die tangiert es weniger. Ich möchte es auch nicht im Detail mit Ihnen durchgehen, das ist genauso wenig. Was ich Ihnen damit nur aufzeigen will, ist, schauen Sie sich diese Spalte an, das steht für Responsible, und das ist abgerechnet aus diesem RACI-Konzept, Responsible, Accountable, Consulted und Informed, und Responsible heißt Durchführungsverantwortung. Ich habe nur diese Durchführungsverantwortung, ich habe jetzt noch gar nicht entschieden, wer hier sonst noch irgendwas macht, oder wer Accountable ist. Das Accountable interessiert mich gar nicht so arg. Für mich ist es wichtig, zu erkennen, dass in einem Outsourcing- oder in einem Cloud-Sourcing-Verhältnis bei der internen IT jede Menge Durchführungsverantwortung bleibt, in den unterschiedlichen Prozessen. Das kann man auch noch durchziehen, bis auf die Funktionen in ITL. Da ist relativ offensichtlich, dass dort sehr viel zum Cloud-Service-Provider geht, bloß ich sage mir immer, ich habe es schwer getan, zum Beispiel beim Service-Test da oben, das R allein dort rüber zu stellen. Wir sind heute so weit, im IT-Service-Management zu erkennen, beziehungsweise anders schon gefragt, was ist denn die Schnittstelle der IT zum Kunden? Das ist der Service-Test. Wenn wir den auslagern, haben wir zwar viel Ärger und viel Arbeit von der Backe, aber kriegt man noch mit, was dort passiert? Beziehungsweise können wir gewährleisten, dass der Cloud-Service-Provider uns entsprechend berichtet, was dort passiert. Weil sonst kann es sein, dass uns quasi die IT, auch wenn wir sie nicht mehr selber betreiben, um die Ohren fliegt, dass die Kunden unzufrieden sind, dass die Fachbereiche meutern. Und wir sind völlig überrascht, warum. Also von daher, Durchführungsverantwortung, ja, aber wenn man sich dann über weitere Level des Involvements unterhält, dann wird sich da bei der Retail-Organisation schon noch irgendwo Aufgaben sehen, um das zu monitoren, um das, also wenigstens in Form zu sein, oder im Zweifelsfall Consulted, ja. Weil Consulted auch vor dem Hintergrund, wenn die Retail-Organisation das Business nicht versteht, wie soll es denn der Outsourcing-Provider verstehen, ja. Und wer vermittelt denn in dieser Dreierbeziehung, ja. So, das heißt, letztendlich, wenn wir das mal auf eine höhere Ebene zusammenfassen, was diese erst dort bedeuten, dann resultieren die da drin, im Wesentlichen, dass wir aktiv entsprechende Governance-Steuerungs- und Kontrollstrukturen schaffen müssen. Das heißt ganz klar, die IT, die da übrig bleibt, muss den Provider steuern und kontrollieren, ja. Ja, wir können es uns auch natürlich einfach machen, wir können sagen, das kann der Endanwender machen, ja. Oder es gibt ja bestimmte Outsourcing-Deals, wo man vereinfachen hat, dass ich da Provider selber speuerlich kontrolliere, ja, weil man es selber nicht mehr machen will. Das sind alles Alternativen, die ich nicht für so tragfähig halte. Das Zweite ist, wir müssen, wenn wir mit dem Gedanken spielen, in so ein Outsourcing- oder in so ein Cloud-Sourcing-Verhältnis zu gehen, uns aktiv um die Prozesse kümmern, ja, weil das müssen wir in dem Deal festmachen. Wie sehen die Prozesse aus? Wie sehen die Schnittstellen aus? Wer ist für was verantwortlich, ja. Weil im Zweifelsfall kaufen wir sonst die Prozesse des Providers ein und können uns da dann vielleicht noch irgendwie ranflanschen. Das wird nicht gut gehen, ja. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, der in dem Zusammenhang zu erwähnen ist, das ist das Thema, dieses Vertrauensverhältnis zum Provider aufzubauen, ja. Man hat in vergangenen und klassischen Outsourcing-Verhältnissen festgestellt, dass die interne IT nach der Auslagerung von Aufgaben meistens überdimensioniert war. Und zwar warum? Wenn man den Provider nicht ganz traut hat. Man hat versucht, Kompetenzen quasi zu erhalten in der internen IT oder aufzubauen, um den auf technischer Ebene kontrollieren zu können, was der dort macht. Ja, also wenn ich mit so einem Gedanken an ein Outsourcing- oder ein Cloud-Sourcing-Verhältnis rangehe, dann kann ich es eigentlich sein lassen, ja. Da könnte man jetzt sagen, naja gut, wenn ich das nicht mache, dann verliere ich ja da Kompetenz, ja. Die habe ich ja dann nicht mehr, ja. Das ist nicht so schlimm, ja. Wenn der Outsourcing-Deal nach drei Jahren platzt, müssen Sie es sowieso wieder aufbauen, ja. Und Sie müssten diese Kompetenz auch erneuern, wenn Sie es selber intern im Haus hätten, ja. Weil da läuft Ihnen die Technik davon, da läuft Ihnen die Entwicklung davon, ja. Also das können Sie sich sparen, ja. Das heißt, letztendlich, wenn man sich auf die Retail-IT konzentriert, dann auf das konzentrieren, was dort tatsächlich an Aufgaben gefordert ist, ja. Und nicht versuchen, den Provider nachzubilden, um ihm dort auf Augenhöhe begegnen zu können. Und das führt ja auch sehr häufig dazu, dass dann im Prinzip mit dem Provider über Prozesse und über Durchführungsaufgaben gesprochen wird oder diskutiert wird, die dessen Kompetenz sind. Ja, das ist ein absolutes Konfliktpotenzial. Provider-Management, da muss man aufpassen, sehr viele verstehen, was Provider-Management ist, definieren das oder interpretieren das, aber sehr kurzfristig. Die meinen, der Job ist getan, wenn der Vertrag unterschrieben ist, ja. Und ich behaupte, da fängt er erst an, ja. Hauptsächlich, wenn Sie vorhin an mein schönes Hebelgesetz denken, ne, das ist ja nicht statisch, ja. Diese Anforderungen an allen Dingen und Enden sind dynamisch, die verändern sich, ja. Und da muss ich als IT über meine Services, die ich im Zweifelsfall von woanders beziehe, permanent reagieren, ja. Das heißt, das ist eine kontinuierliche Aufgabe. Und auf was ich jetzt abschließend noch eingehen will, das ist dann die Frage des Skill-Managements. Flapsig ausgedrückt, habe ich auch vorhin angedeutet, Management-Skills statt diesen Exporten-Skills, ja. Wir sind uns einig, wir brauchen nicht mehr die Leute, die Server durchstarten können oder Server konfigurieren können, ja. Das ist definitiv Aufgabe in der Cloud, in der Infrastruktur, ja. Das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Unsere Aufgaben in der Retail-Organisation werden anders aussehen. Und da ist letztendlich der Schlüssel zum Erfolg, dass man sich im Klaren darüber wird, dass das eigentlich ein ganz anderer Kompetenz-Mix sein muss, als wir ihn heute in der IT haben. Klar haben wir heute, wenn wir klassische Outsourcing-Verträge aushandeln, ja, da brauche ich auch einen Rechtsanwalt oder einen Juristen dazu. Ja, bloß klassische IT-Outsourcing-Beziehungen hat man ja angelegt auf mindestens fünf bis zehn Jahre, ja. Und dann hat man gedacht, naja gut, dann ist der Vertrag mal unterschrieben, dann hat man seine Ruhe, ja. Wir haben heute Morgen gelernt, ja, Cloud-Sourcing-Verhältnisse, die leben da davon, dass sie sich kontinuierlich verändern, ja. Sowohl von der Qualität als auch von der Quantität der Services, die ich beziehe, ja. Das heißt, das muss ich kontinuierlich nachhalten, taktische, strategische Aufgaben, Planungsaufgaben, Kontrollungsaufgaben und, ja, letztendlich diese vertragsrechtlichen Kompetenzen, ja. Und ich bin überzeugt davon, das kann ja nicht mehr an die Rechtsabteilung im Unternehmen gehen, ja. Sondern da brauche ich genau diesen Mix aus wissen, was der Anwender braucht, wissen, was die IT selber leisten kann und wissen, wie ich das rechtlich absichern kann, was der externe Partner macht. Wie ich den da entsprechend einbinden kann. Und dann, das ist, das ist ein Lieblingspunkt von mir, ne, die Retail-IT letztendlich als Moderator, oder, ja, als Moderator zwischen dem Anwender und dem Service-Provider, ne. Wenn die IT, wenn wir als IT diesen Job nicht wahrnehmen, ja, dann werden am Ende des Tages diejenigen sein, die die Steckdosen an die Wand schrauben, ne, und die Kabel anklemmen. Und dann kommt der Service aus der Steckdose, ja, so wie es John K. ja schon seit Jahren prophezeit, ja. Dann sind wir genau drauf, ja, dann ist das Commodity, ja. Und wir können noch ein bisschen Infrastruktur betreiben. Technikkompetenz, ich habe vorhin gesagt, man muss aufpassen, dass wir die Technikkompetenz nicht zu stark in der Retail-IT hätten, ja. Da meine ich aber jetzt, da habe ich jetzt diese operative Technikkompetenz gemeint, ja. Ja, letztendlich, wir müssen in der Retail-IT jeden Service, den wir einkaufen, jede Infrastruktur, die wir einkaufen, jede Plattform, die wir uns dazu holen, in das Gesamtkonzept der Unternehmens-IT, in die Unternehmensstrategie, auch in die Entwicklung der Architektur mit einbauen. Also, das auf die Schnelle zusammenfasst, ja, und so stehen wir heute da, ja, wenn wir diese Aufgaben haben, ja. Ich habe es mal ein bisschen flapsig formuliert, ja. Ja, haben wir heute die Mitarbeiter, die diese Anforderungen erfüllen können? Nicht jeder gute IT-Administrator ist ein Verhandlungspartner, ja, ist kompetent zum Verhandeln, ja. Wir haben ja das Problem sogar noch nicht eben nicht drunter, ja. Wir haben ja da sehr häufig Leute sitzen, die wir vielleicht gerade deswegen dort hinsitzen, weil sie ein Kommunikationsproblem haben, ne. Ich denke da bloß dran, wenn ich an meinem Rechner, an meinem Laptop ein Problem habe und nach meinem Admin schreibe, ja, das Erste, was der macht, der schickt meinen Stuhl zur Seite, geht in meine Tastatur und macht was, ja. Wir hatten jetzt inzwischen so weit, dass ich gesagt habe, hey, ich mache das und du erklärst mir das, ja. Dann verstehe ich es vielleicht und vielleicht war es ein Fehler und ich mache nicht wieder, wenn du das machst, dann mache ich dann wieder den Fehler, ja. Da hat er aber ein wichtiges Problem gehabt am Anfang, ja, mir einfach zu erklären, was er macht und warum er das macht. Und was noch viel schlimmer ist, ja, die vergessen ja manchmal zu sagen, dass sie es gemacht haben, ne. Und wundern sich dann, dass der Kunde immer noch unzufrieden ist, der hat es ja noch gar nicht gemerkt, dass sein Problem behoben ist, ja. Und vor dem Hintergrund möchte ich im Prinzip jetzt zum Schluss oder als Abschluss die, ja, ich sag mal, die These in den Raum stellen, ja, als Frage. Ich habe es vorsichtig als Frage formuliert, weil es steht für das IT-Service-Management-Forum hier vorne. Aber die Frage lautet, muss ich das IT-Service-Management vor diesem Hintergrund mit neu erfinden, ja. Können wir weitermachen wie bisher, dass wir erfolgreich sind in IT-Service-Management, wenn wir möglichst viele Leute nach IT-Foundation-Expert und Schießmicht-Tot-Zertifiziert haben, ja. Wenn wir dann vielleicht noch ein paar Projektmanagement-Methoden mitgeben, ja, reicht das aus, ja. Damit möchte ich eigentlich aufhören, ja, möchte ich auch gerne mit Ihnen darüber diskutieren. Ich muss auch dazu sagen, wir haben da nicht die Antwort, ja, als IT-Service-Management-Forum, ich sowieso nicht als Geschäftsführer, ja, aber wir sind letztendlich dabei, gemeinsam mit unseren Mitgliedern über verschiedene Kanäle, die wir haben, diese Fragen zu diskutieren und zu beantworten, ja. Und bloß als Beispiel auf dem IT-Service-Management-Kongress im Dezember, ja, da haben wir einen großen Stream mit zwölf Workshops, die sich explizit mit diesen Themen Next-Generation IT-Service-Management auseinandersetzen, ja. Weil da hoffen wir, dass wir dann ein paar Antworten einsammeln können, die wir dann der Community weitergeben können. Was meinen Sie dazu? Muss ich das IT-Service-Management neu erfinden? Ich denke doch, denn für die, die es nicht tun oder da nicht mitziehen, gibt es dann FAS, Fire as a Service. Eine Meinung, gibt es da jemanden, der meint, das ist ein bisschen übertrieben, was ich hier präsentiert habe? Einmal mutig. Nee, ich glaube, also das ist, das ist, das habe ich bisher auch so präsentiert, das ist letztendlich auch meine Überzeugung, ja. Ich bin seit 2004 in diesem Umfeld aktiv unterwegs, ja. Und seit 2004 reden wir über Change-Management im Sinne von Organisation of Change, ja. Das hat damals bedeutet, wünscht Leute, wie kriegen wir das hin, dass die guten Ideen, die in den Prozessen der IT geschrieben sind, quasi organisatorisch implementiert werden, organisatorisch gelebt werden, ja. Da gibt es jetzt einige Best Practices, die das tatsächlich geschafft haben, die ja auch wissen, wie man das macht, ja, dass das geschmeidig abläuft, ja. Und ich muss sagen, heute stehen wir eigentlich noch nicht am Ende, ja. Weil heute haben wir eine andere Qualität von Organisational Change, den wir im IT-Service-Management beherrschen müssen, ja. Da reden wir nicht über Technologien, da reden wir auch nicht über die einzelnen Prozesse, sondern da reden wir im Wesentlichen genau über das, was ich auch gezeigt habe, ja. Über die Skills, wie kriege ich die Skills rein, wie kriege ich den Spirit in diese Retail-Organisation rein, ja. Also die Verantwortung für diese neue Aufgaben übernimmt und letztendlich auch, und da bin ich eigentlich ganz direkt, um ihre Existenz zu rechtfertigen für die Zukunft. Okay, vielen Dank. Danke.